So, Hellrider ist wieder zurück und ich kann jetzt einfach nicht aufhören. Okay. Fast geklaut. Und springen wir über diese Plattform. Am besten nicht zwischenspeichern, falls die Aufnahme verkackt. LP. Speichern. Ich hoffe, die sind gut. Und ich eroere ein Technologie-Gebäude. Vorwärts. Nur eine Frage der Zeit. Warum eigentlich nicht? Hehehe. Und es gehört mir. Es gehört mir. Feindliche Einheiten gesichtet. Technologie. Fress das. An die Arbeit. Feindlicher Crawler geortet. Einsatzziel erreicht. Wir nach, Lady. Was ist das? Schalten wir sie aus und holen wir uns den DKN-Knoten zurück. Du gehst mal zurück. Du musst nur defensiv. Fahr durch. Alles zerquetschen. Ah. Mother Brain. Geklaut. Geklaut. Ach, die klau ich heute mal wieder. Neues Einfachstück. Bekommt euch in den Gebäuden. Was? Ich dachte schon, mein Timer wäre kaputt. Gehen Sie mich jetzt nicht ab, Mann. Ja, los, na los. Am besten, ich brauche es nochmal auf. An die Front, Mann. Ach, die Gansen. Oh ja, habe ich das gesehen? Oh Gott, kann ich sogar ziemlich viel. Na egal. An die Front, Mann. An die Front, Mann. An die Front, Mann. Gehen Sie mich jetzt nicht ab, Mann. Ich brauche mehr Kommandärspunkte. Ah, Kommandärspunkte. Ja, was ist das schon? Ich werfe Ihnen ein paar Küste zu. Ist nur wichtig. Auf dem Weg. Ich werfe Ihnen ein paar Küste zu. Das kommt doch auf mich zu, ey. An die Arbeit, Mann. Brauchen Sie mich? Ich werfe Ihnen ein paar Küste zu. Zerstöre endlich diesen Scheißknoten. Ha, echt krank, was? Ja. Offensiv. Bäh, Sohn-Truber-Bau. Und die kaputt machen, weil die nerven. Genau. Den zerstellen wir auch mal. Allein deswegen, weil wir jetzt besser sind. Mein Timer wird ständig schwarz. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein Überblick. Aber er läuft. Und holen uns einen Upgrade. Gute Arbeit, Kommandär. Die Extremisten sind erledigt und wir kontrollieren den Knoten. Cool. Der Feind hat einen Crawler verloren. Okay, das war jetzt heftig. Was? Ähm. Red Bull. Lass mich. Will nicht mit dir spielen. Doch will ich, aber nicht jetzt. Bin ich tot? Schatz. Schatz. Gib mir noch etwas Zeit, danke. Was ist denn passiert? Ich wollte mich nur von dir verabschieden und du... Ist es wegen des Implantats? Ma'am, alle Nicht-Mitarbeiter sollen evakuiert werden. Wir passen auf ihn auf. Okay, okay. Nur eine Sekunde, bitte. Ich hab dich schon mal fast verloren. Tu mir das nicht wieder an. Ma'am. Bitte. Okay, okay. Ich liebe dich. Oh, süß. Ich kenn dich nicht. Sir. Ich habe General Riggs in der Leitung. Commander, dir den Extremisten nähern sich der Screen Tower Forschungsstation. Generalsekretärin Rios und Kane sind in der Anlage. Ihr Befehl lautet... Eingreifen und beschützen, alle beide. Die politische Lage ist heikel und extrem gespannt. Wir können uns jetzt keine Rückschläge leisten. Riggs out. Commander, unsere Landstreckensensoren haben Giliens Einheiten geortet. Sie nähern sich dem Forschungszentrum am Screen Tower. Generalsekretärin Rios und Kane halten sich derzeit in der Anlage auf. Die Stabilität des GDI-Rates ist dadurch aufs Äußerste gefährdet. Sie werden Colonel James dabei helfen, das Gebiet zu sichern und unsere Anführer abzuschirmen. Ein Screen-Torn. Geile Sache. Was demnächst hier aussieht, in dieser bunten Welt. Laden, laden, laden. Wo sind wir? Harte Entscheidung. Mein Crawler ist unterwegs, Commander. Screen-Torn. Sie müssen die vorhandenen Defensivsysteme verstärken bis zu meiner Ankunft. Okay. Ich hab grad nicht zugehört. Okay, Commander. Stationieren Sie jetzt Ihren Unterstützungscrawler. Oh yeah. Unterstützung. Yeah. Was kann der? Stationierung erfolgreich, Commander. Warten auf beiden... Er kann fliegen. Nordeinheiten belagern diese Basis. Er kann fliegen. Sie sollten Sie unbedingt halten, bis Colonel James in der Kampfzone eintrifft. Wir laden jetzt die registreste Spezialfähigkeit hoch. Die Wartungszone. Halten Sie die Basis damit am Laufen. Ich kann fliegen. Welche Einheiten gesichtet? Neues Einsatzziel erhalten. Wartungs... Hä? Wo soll ich die ausrichten? Um auf Ihre Spezialfähigkeiten zuzugreifen, wählen Sie das entsprechende Register aus. Um die Reparaturzone zu nutzen, links klicken Sie erst auf den Button, dann auf verbündete Einheiten oder Gebäude. Unterstützung klingt ja auch mal genial. Ich weiß nicht, dass ich die Einheiten gesichtet habe. Es ist Killian's Namen. Kane wird für seine Känzerei bezahlen. Hä? Killian? War das nicht aus Command Conquer? Drei? Jede Fähigkeit verbraucht eine bestimmte Menge Energie. Da der Energiebedarf mit der Stufe einer Fähigkeit steigt, sollten Sie diese klug einsetzen. Fähigkeiten sind nur eine Seite der Medaille. Sie können auch Einheiten bauen. Zuerst geben wir Ihnen eine mobile Reparatureinheit. Ist Killian nicht tot? Vorsichtig vorrücken. Ein guter Tod. Feindliche Einheiten gesichtet. Killian ist doch tot. Hier können wir bleiben. Oh Gott. Ach gut. Was der Timer schwarz wird, ist mir neu. Ich muss hier erst anklicken, um zu sehen. Na egal. Haben die Jungs wieder Schwierigkeiten? Ich kann hier nicht ewig rumstehen. Muss was repariert werden? Ja, das muss es. Verstanden, Sir. Ihre Befehle, Sir? Befehl mal, ja. Versteck dich hinter deinen Mauern. Wir werden sie nicht mehr. Gute Arbeit, Commander. Jetzt finden wir raus, woher die Bastarde kommen, damit wir sie stoppen können. Du auch? Was ist das denn? Einsatz ziert erreicht. Klasse Sache. Muss das repariert werden? Geht mit. Was? Schon gewonnen? Feindliche Einheiten gesichtet. Uns wurde von Nordgangsystemen nordwestlich von hier berichtet. Zerstören wir sie, dann werden ihre Angriffe schlagartig aufhören. Gehen sie mit ihren Truppen in Formation und folgen sie mir. Neues Einsatzziel erhalten. Ohne Tunnel kein Angriff. Gott, ein bisschen Zeit haben wir noch. Was muss ich jetzt machen? Commander, wir laden eine neue Spezialfähigkeit für Sie hoch. Den Firehawk Luftangriff. Sie visieren das Ziel an und überlassen den Rest unseren Männern. So einfach ist es, dem Colonel zu helfen. Wo ist das Problem? Ja, hier. Kommen Sie, Commander. Wir haben nicht ewig Zeit. Los, sammeln Sie Ihre Truppen. Ja, aber ich kann fliegen. Ein fliegendes MBF, ey. Unterstützung ist ja Mahama. Genauso wie Defensiv und Offensiv. Reicht mehr viel Zeit. Okay. Wäre sie im Angriff startet, werde ich kurz stoppen. Beim nächsten Mal geht es weiter, wie wir dieses Land hier retten. Den Scrin-Turm. Bis zum nächsten Mal, euer Hellrider.